Against Intellectual Property von Stephan Kinsella Geistiges Eigentum ist ein großes Problem. Es verhindert Marktwirtschaft in der Industrie- und Medienlandschaft und verstärkt so korporatistische Strukturen. Gleichzeitig bekommen drittklassige Kulturschaffende ein Einkommen, wodurch sich Ideen verbreiten, die eigentlich keiner braucht. Das schadet insgesamt dem Wohlstand und der Gesundheit der Nation. Zum Hintergrund Liberale und Libertäre betonen sehr häufig die Bedeutung von Eigentumsrechten. Kapitalismus ist ein System, welches auf die absolute Achtung des Privateigentumsrechts an den Produktionsmitteln beruht. Dies ist durch eine logische Argumentation belegbar. Geistiges Eigentum hingegen scheint nicht so einfach begründbar zu sein und ist sehr umstritten. Über das Werk Stephan Kinsella, geboren 1970, erklärt in diesem Werk zunächst das US-amerikanische System des geistigen Eigentums. Danach geht Kinsella auf die Position von liberalen und libertären Vordenkern ein, die das geistige Eigentum befürworten. Zum Abschluss beschäftigt Kinsella sich mit der Idee eines vertragsbasierten Schutzes von geistigem Eigentum. Über den Beitrag In diesem Beitrag wird vor allem die Diskussion über das Für und Wider von geistigem Eigentum wiedergegeben und Kinsellas Argumentation, warum das Durchsetzen von geistigem Eigentum eine Verletzung des Eigentumsrechts darstellt. Abschnitt 1 – Konfliktprävention Stephan Kinsella beginnt sein Essay mit der Bemerkung, dass alle liberalen und libertären Eigentumsrechte grundsätzlich befürworten. Auch befürworten alle liberalen und libertären das Konzept des Selbsteigentums, wobei es durchaus unterschiedliche Ansätze gibt, um Eigentumsrechte und Selbsteigentum zu begründen. Wenn von Eigentumsrechten die Rede ist, sind in der Regel Verfügungsrechte an berührbaren Gütern gemeint. Aber wieso sollte es überhaupt Eigentumsrechte geben und nicht alles frei verfügbar sein? Kinsella stellt fest, dass es die Knappheit von Gütern ist, die Eigentumsrechte notwendig macht. Ein Gut ist genau dann knapp, wenn der Gütervorrat dieses Guts zu gering ist, um alle Bedürfnisse zu befriedigen, die mit dem Gut befriedigt werden können, wie schon Menger feststellte. Durch die Knappheit können Konflikte über die Verwendung der Güter entstehen. Es stellt sich stets die Frage, welches Bedürfnis welcher Person mit dem knappen Gut befriedigt oder nicht befriedigt werden soll. Um diesen Konflikten vorzubeugen, sind Kinsella zufolge Eigentumsrechte notwendig. Eigentümer zu sein bedeutet daher, das vollumfängliche und ausschließliche Verfügungsrecht an einem Gut zu besitzen. Damit kann der Eigentümer oder die Gruppe von Eigentümern selbst darüber entscheiden, was mit dem Gut passiert. Ein Konflikt entsteht nicht. Abschnitt 2. Sichtbar und gesichert Damit die Verteilung von Gütern überhaupt zur Konfliktvermeidung führen kann, muss der Güterbesitz Kinsella zufolge klar zuordnbar sein. Eigentumsrechte zu besitzen bedeutet auch, alle anderen von der Verfügung darüber ausschließen zu können. Um alle anderen ausschließen zu können, müssen die Eigentumsrechte an knappen Gütern zwei Bedingungen erfüllen. Sie müssen sichtbar und gesichert sein. Die Sichtbarkeit ist notwendig, um zwei Güter klar voneinander unterscheiden zu können. Es muss für alle deutlich erkennbar sein, wo Gut A aufhört und wo Gut B anfängt. Die Eigentumsrechte müssen gesichert sein, weil sie keine Konflikte vermeiden, wenn diejenigen, die davon betroffen sind, die Eigentumsrechte nicht akzeptieren. Kann das Eigentum vom formalen Eigentümer jederzeit entwendet oder teilentwendet werden, oder kann man ihm vorschreiben, wie er sein Eigentum zu verwenden hat, ist es genauso, als hätte er gar kein Eigentum. Bei der Verteilung von knappen Gütern, die sich noch nicht im Eigentum befinden, schließt sich Kinsella der naturrechtlichen Position von John Locke und Hans-Hermann Hoppe an und verweist auf das Prinzip der Erst-in-Besitznahme. In diesem sieht Kinsella das einzige ethisch korrekte und objektiv richtige Verteilungsprinzip besitzloser Güter. Abschnitt 3. Unmöglichkeit von Eigentumsrechten Kinsella fasst zusammen, dass Eigentumsrechte nur gelten können, wenn die Güter erstens knapp sind, sie zweitens eindeutig voneinander zu unterscheiden sind, d.h. begrenzt, und drittens die Verteilung der Güter eigentumsrechtlich gesichert ist, d.h. von allen Betroffenen akzeptiert. Umgekehrt heißt das, dass sobald eine der drei Bedingungen nicht erfüllt ist, faktisch keine Eigentumsrechte entstehen können bzw. sie wieder aufgelöst werden. So kann es Eigentumsrechte über nichtknappe Güter wie z.B. Sonnenlicht genauso nicht geben wie über Güter ohne erkennbare Grenzen wie z.B. Luft. Wenn die Eigentumsrechte nicht gesichert sind, weil sie z.B. durch staatliche Enteignung, Besteuerung oder Regulierung missachtet werden, sind die Verfügungsrechte eingeschränkt oder ganz aufgelöst. In all diesen Fällen handelt es sich definitionsgemäß nicht mehr um Eigentum. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn die Eigentumsrechte formal bestehen bleiben. Denn da Eigentumsrechte die physische Unversehrtheit und die freie Verfügung darüber schützen sollen, verlieren sie ihre Funktion, wenn sie dies nicht mehr können. Eigentumsrechte schützen entsprechen auch nicht den Wert eines Guts, da Wert eine subjektive Kategorie ist. Die Vermischung von Kapital und Arbeit ändert hingegen nichts an den Eigentumsverhältnissen. Abschnitt 4 Knappheit bei Ideen Die bisherige Analyse gilt für berührbare Güter. Bei Ideen stellt Kinsella fest, dass sie nicht knapp sind. Im Gegenteil, sie sind unendlich und können daher gar nicht gestohlen werden, sondern nur kopiert. Kinsella gibt das Beispiel, dass wenn Person A Person B ein Auto stiehlt, Person B das Auto nicht mehr hat. Stiehlt A aber B seine Ideen, z.B. den Text eines Buchs oder seine neue Erntetechnik, so hat B seine Ideen immer noch. A hat sie lediglich kopiert. Das Nutzen einer Idee kann auch nicht dazu führen, dass andere vom Nutzen dieser Idee ausgeschlossen werden. Wer z.B. das Licht anmacht, schaltet es nicht bei anderen aus. Somit ist das Eigentumsrecht an Ideen nur ein künstliches, welches durch eine künstliche Knappheit erzeugt wird, die nicht natürlich existiert, wie die Knappheit von berührbaren Gütern natürlich existieren kann. Während die Eigentumsrechte auf berührbare Güter anwendbar und notwendig sind und zu einer Konfliktprävention führen, führt dies bei Ideen nicht dazu. Die Anwendung von Eigentumsrechten kann hier sogar Konflikte hervorrufen. Geistiges Eigentum kann es somit nicht geben, bzw. ist ungerecht und Konflikte verursachend, denn Individuen werden bei der Ausübung ihrer eigenen realen Eigentumsrechte eingeschränkt. Dennoch gibt es liberale oder libertäre Denker, die versucht haben, die Existenz des geistigen Eigentums zu rechtfertigen. Abschnitt 5 Utilitaristische Verteidigung des geistigen Eigentums Kinsella sieht unter den Verteidigern zwei Positionen, die utilitaristische und die naturrechtliche. Unter den utilitaristischen Befürwortern von Eigentum an Ideen finden sich Persönlichkeiten wie David Friedman oder Tom Palmer. Das Hauptargument der Utilitaristen fasst Kinsella wie folgt zusammen. Gesetze und Regeln sollten so formuliert sein, dass sie den größtmöglichen Wohlstand ermöglichen. Wenn geistiges Eigentum nicht durch Gesetze geschützt ist, wären Erfinder und Forscher weniger geneigt, neue Sachen zu erfinden und zu entdecken. Daher gäbe es weniger innovative Ideen, wodurch der Wohlstand einer Gesellschaft geringer ausfiel als in einer sonst gleichen Gesellschaft, die geistiges Eigentum schützt. Dadurch sei der Nutzen höher als der Schaden, womit das geistige Eigentum moralisch gerechtfertigt sei. Kinsella hält dem entgegen, dass es nicht die Aufgabe des Rechts ist, den Wohlstand zu maximieren, sondern zu klären, wann der Einsatz von Gewalt in Ordnung ist. Darüber hinaus können Werte nicht gemessen werden. Somit berücksichtigt die Kosten-Nutzen-Rechnung der Utilitaristen nicht alle relevanten Faktoren, was sie nutzlos macht. Zudem fließt auch viel Geld in ein Patentsystem hinein, was dann in Forschung und Entwicklung fehlt. Somit ist nicht klar, ob das Patentsystem wirklich zu mehr Innovationen führt oder diese nicht sogar hemmt. Abschnitt 6. Naturrechtliche Verteidigung des geistigen Eigentums Geistiges Eigentum wurde auch versucht, über das Naturrecht zu begründen. Bei dieser Position finden sich Persönlichkeiten wie Ayn Rand oder Lysanders Booner wieder. Kinsella fasst ihre Position wie folgt zusammen. Ideen seien ein Produkt der Arbeit einer Person, somit ihre Schöpfung. Damit seien sie genauso wie andere Produkte der Arbeit legitimes Eigentum des Eigentümers oder Besitzers der Arbeit. Unterschieden wird allerdings zwischen Schöpfung und Entdeckung. Naturgesetze oder mathematische Gesetze existieren bereits, auch wenn sie noch nicht bekannt sind. Somit werden diese Gesetze nicht erschaffen, sondern entdeckt. Für Entdeckungen findet das geistige Eigentum nach Rand und Co. keine Anwendung. Kinsella hält dagegen, dass die Schöpfungsargumentation sehr willkürlich ist. Es ist nicht eindeutig klar, wo die Grenze zwischen Schöpfung und Entdeckung liegt. Zudem werden Materie und Energie auch nicht erschaffen. Allenfalls können sie manipuliert werden, womit nach dieser Argumentation niemand irgendwas besitzen dürfte. Auch ist seine Erfindung nicht der alleinige Verdienst des Erfinders. Er nutzt Materie, die er nicht geschaffen, und Naturgesetze, die er nicht entdeckt hat, um seine Erfindung zu entwickeln. Dennoch ist er der Einzige, der durch das geistige Eigentum profitiert. Dies ist aus Sicht Kinsellas nicht vermittelbar und willkürlich. Abschnitt 7 Geistiges Eigentum durch Vertrag Da Ideen nicht knapp sind, können sie nicht durch Eigentumsrechte geschützt werden. Es gibt unter den Gegnern des geistigen Eigentums allerdings die Idee einer vertragsbasierten Legitimierung geistigen Eigentums, wie zum Beispiel von Meryl Rothbard befürwortet. Nach dieser könnte beispielsweise ein Buchautor Kopien seines Werkes verkaufen, bei dem der Käufer beim Kauf einwilligt, dieses Buch weder zu kopieren noch weiter zu verkaufen. Allerdings können solche Überlegungen nicht das aktuelle System des geistigen Eigentums ersetzen, denn Patente und Kopierrechte schützen den Ideengeber auch vor einer nicht gewollten Nutzung seiner Ideen durchdritteln. Verträge binden aber nur die Vertragspartner. Dadurch wäre es jedem Dritten möglich, die Ideen ungehindert zu verbreiten, sobald er an sie gelangt. Damit wäre nicht viel gewonnen, auch wenn das Konzept umsetzbar ist. Ein weiteres Problem des vertragsbasierten geistigen Eigentums ist nach wie vor, dass auch durch einen Vertrag keine Eigentumsrechte an den eigenen Ideen erlangt werden können. Niemand kann daher daran gehindert werden, sein Wissen weiterzugeben, selbst wenn ein Vertrag unterschrieben wurde, der das Kopieren verbietet. Insbesondere Patente und Kopierrechte können damit in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht durchgesetzt werden, wie Kinsella feststellt. Abschnitt 8 Schutz von Firmengeheimnissen und Handelsmarken Während Patente und Kopierrechte durch Eigentumsrechte nicht geschützt werden können und damit in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht existieren würden, können Firmengeheimnisse und Handelsmarken durchaus geschützt werden. Firmengeheimnisse sind leichter zu schützen, da sie ausschließlich innerhalb der Firma genutzt werden. Wenn jemand externes an das Firmengeheimnis gelangt, kann dies nur zwei Ursachen haben. Entweder hat ein Mitarbeiter gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen oder eine externe Person ist in die Firma eingebrochen. In beiden Fällen hat der Firmenchef einen Rechtsanspruch, durch welchen der entstandene Schaden beglichen werden kann. Bei Handelsmarken wird durch das Eigentumsrecht nicht der Inhaber der Handelsmarke geschützt, sondern der Konsument. Wenn jemand eine erfolgreiche Firma aufbaut und nun ein Konkurrent das Logo der erfolgreichen Firma kopiert, um die eigenen Verkaufszahlen zu erhöhen, schadet er genau genommen nicht der Konkurrenzfirma, sondern den Kunden. Eine Firma hat kein Eigentumsrecht auf ihre Umsätze. Der Kunde wird allerdings Opfer eines Betrugsfalls. Er kaufe ein Produkt im Glauben, es sei ein anderes, wodurch der Fälscher vorsätzlich Vertragsbruch begeht. Somit hat der Kunde einen Rechtsanspruch gegen den Handelsmarkenfälscher. Zusammenfassung Eigentumsrechte sind notwendig, um Konflikte vorzubeugen. Ihren eigentlichen Zweck, die Vermeidung von Konflikten, können sie allerdings nur bei knappen Gütern erfüllen. Wenn Güter zu Genüge vorhanden sind, kann es keinen Konflikt über ihre Verwendung geben. Ideen sind nicht knapp und können somit auch nicht besessen werden. Daher kann geistiges Eigentum nicht durch das Eigentumsrecht geschützt werden. Das Durchsetzen von geistigem Eigentum führt damit zu Konflikten, denn es werden dadurch reale Eigentumsrechte verletzt. Eine Alternative zum aktuellen System, das Patente, Kopierrechte, Firmengeheimnisse und Handelsmarken schützt, wäre das Schützen von geistigem Eigentum durch Verträge. Dies wäre zwar grundsätzlich möglich, kann aber das System von Patenten und Kopierrechten nicht ersetzen, denn es schützt nicht vor Dritten. Damit wären diese in einer kapitalistischen Wirtschaft nicht existent. Firmengeheimnisse können hingegen durch Verträge effektiv geschützt werden, da ein Firmengeheimnis im Gegensatz zu einem kopiergeschützten Gut nicht außerhalb der Firma des Ideengebers existieren soll. Handelsmarken werden bereits durch das Eigentumsrecht geschützt, da der Kopierer eine Handelsmarke seine Kunden betrügt. Im Gesamten ist geistiges Eigentum nicht mit dem Libertarismus und Kapitalismus vereinbar.